ja wunderbar ich glaube wir haben es voll drauf jetzt also wir müssen die ranlocken ja ganz weit geht nicht doch yes und weg schlagen schlagen ja alter schwede was für ein ekelhafter kampf oh ja mir tut mein rücken voll weh alter und ja alter ich hab schon wieder gewonnen gar kein geld haben wir gekriegt ist da oben was ist eigentlich mit dem shop wo krieg wo kann man was kaufen ich weiß nicht toll bist ja richtig schlau martin sieht eh ein hieselig an ich hab dir gesagt feuer tut weh oh voll niedlich die haben fische als waffen boah alter hast gesehen nein alle direkt tot nämlich gesehen ich achte nur auf mich ich glaube man kann nur eins entweder heilen oder bogen schießt kann das sein was man kann nur eins nehmen entweder heilen oder bogen das kann sein ja irgendwie ein bisschen bescheuert oder aber das wäre doch richtig binde als ob das so ist ja wie wie halt wie nimmt man den heilkrank ich weiß nicht wir müssen erst welche kaufen keine ahnung da kann natürlich auch sein aber wo ich hab gerade dann wo ist der shop da ganz am anfang tab nimmt ihr das pet da macht er denn davon scheiße das pet gehört ihm ja vielleicht kriegst du es am ende geht nicht mit dem alter die können mit ihren fischen schießen alter der ausrastet aua der ist wenigstens nicht so nervig alter ach der ist auch ein boss das ist mir jetzt erst aufgefallen ein miniboss wahrscheinlich manchmal sehe ich hier nicht so richtig durch ja ich auch nicht boah ich hab den aua mann fast tot alter hab ihn ich geb ihm oh gib ihm das was tot mach ich doch glaub ich glaub ich mach ich doch glaub ich ey gib mir doch alter was denn ich hab immer noch ne scheißwaffe er lose 3 stück wie kann ich dir denn entgegen gar nicht glaub ich weiß nicht aber ich hab doch nichts gewechselt ich hab immer noch meine waffe in der hand ja aber da lagen irgendwie waffen das war irgendwas anderes ja da lagen waffen das war irgendwas anderes da lagen waffen lol was war das denn bitte ach y ist ja oben wie seh ich kann das ja aber warum konnte ich das nicht weil du einfach spammen musst ja wollte ich ja die haben mich aber immer geschlagen hast ja gesehen ich war ja immer tot ich wo bist du hin wo bin ich ich spamm die ganze zeit ich mach nichts anderes und dann töten die mich so eine runde machen wir dann bis wir sterben ja ja dann brauch ich erstmal ne pause mir tun meine augen weh meine äuglein oh oh ja und das essen muss ich auch oh die sind so süß aber wenn die stehen dann bin ich nicht mehr so doch sind die trotzdem nein mit ihrem süßen blutfleck ach guck mal ich hab mein pad immer noch was auch immer das macht warum steht denn immer b es bringt überhaupt nichts b zu drücken ja mit b schießt du ja aber wozu denn in dieser situation ah boah ah ok klingt einläutend ne einläutend 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 du weißt auch übrigens dass ich meine parts immer nach deinen sprachfehlern benenne ne ja tschuldigung ich hab letztens die minecraft folge äh äh richtig ne ganz ganz richtig tief oder so genannt weil du das gesagt hast kommt davon wenn man zuhause nicht deutsch spricht tja das ist natürlich blöd ne ich benenne immer meine parts nachdem was du sagst ich will das kriegst du aber nicht doch kannst du es überhaupt nehmen wenn du schon ein pad hast bestimmt was machen die pets überhaupt ich hab noch gar nicht mitgekriegt wo ist x spring oh der wichser schon wieder ey der wichser ich sehe mich überhaupt manchmal gar nicht ich weiß gar nicht wo ich bin manchmal bisschen zu oft manchmal gesagt martin was sei der scheiß ich darf das komm 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 da ist schon wieder bogen wozu komm 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 Alter, voll der Spam, ey Da kann er nix anderes, ey Oh, ey Ich bin ja gar nicht tot Oh, schön Aber das ist ja wieder gut gemacht, Martin Du weißt, dass ich dich nicht wiederbeleben kann Ich bin tot, ne Bist du nicht? Der Boss ist tot Gib nicht Jetzt hab ich zwei, oder? Ne, der schläft Geh wieder den, jetzt hab ich wieder den Aber wie, was ist der Unterschied? Keine Ahnung, der sieht hübsch aus Okay Das war auch noch ein bisschen Lol, hab ich mich gerade erschrocken Der packt mir, ich bin tot Y, Y Ey Ich drück die ganze Zeit Y Du kannst nicht daneben, äh, dabei schlagen Ich schlag doch gar nicht Ich drück Y Jetzt bin ich wieder tot Ich sterb immer nur wegen dir So, warte mal kurz Ne, mach mal, achso Hä? Wir können nicht skillen Entschuldigung Oh, was steht da? Zurück zum Heimatschluss Drück mal X Oder ich drück mal X Ja, also hier ist ein Schmied Ah, Schmied Ah Hier sind Pads, glaub ich Rami rennt Feinde um Ach, Rami rennt Feinde um, das macht der Achso Cool Cool Rami heißt der Boah Du kannst dein Pet hier lagern, falls du in den nächsten Level ein anderes mitnehmen willst Was macht er? Gar nix Leut, lass mal hier rein Leut, ah, Waffen Ah, Waffen Ah, Waffen Warte Was hat er bei mir? Dasselbe Andere Waffen gibt's nicht? Doch Das ist deine Oh, Alter, plus 5 Kann ich mir die leisten Was ist denn? Was braucht man denn dafür? Ach, Level 20 Guck mal Hast du Level ist das? Bestimmt Guck mal, den hier hast du, ne? Dann kann ich den nicht Level 1 steht ja Ne, das ist ja nicht Level Was soll das? Was muss man drücken? Jetzt hab ich den Den kann ich nicht Ach, X muss man drücken Ja, toll Jetzt hab ich die Ich glaub, jeder, der seine Waffe findet Also nur die, die du gefunden hast Kannst du nehmen So Das ist meine Ist ja auch blöd, ne? Also wenn ich ne Waffe finde, kann auch nur ich die benutzen Oh, kann sein Das war's Dafür sieht meine Waffe cool aus Warte, ich muss nochmal die Waffen genau angucken Welche ist dann noch eine? Nein Die hast du gefunden? Nein Die hab ich gerade Wieso steht hier eigentlich plus 2, obwohl ich die gerade in der Hand hab? Hä? Nein, der zeigt einfach an, was der macht Achso Ich will den hier haben, Alter Boah, die will ich auch haben, Alter Aber die kann Die kann ich auch nicht nehmen So, jetzt hab ich den Hier ist liegen, genau Warum kann die keiner von uns beiden nehmen? Hör mal auf, bitte Ich will gucken, was der hier macht Mach's Dann will ich wieder den Schwarzen Krassist Ach, der lagert hier die ganzen Waffen, oder was? Ja, alles was wir finden, wird hier überall gelagert Ah, wusste ich natürlich Kann man hier noch ins Zelt reingehen? Oh, was war das? Was ist das? Keine Ahnung Was soll ich denn da? Oh, guck mal Man kann hier Gras kaputt machen, da ist was zu essen drin Kann ich voll nicht, Alter Hm, lol Lass mal weitergehen Warte, gibt's hier nichts mehr? Weiß nicht Oh, was ist das hier eigentlich? Arena Lass mal kämpfen Hä, was war das denn? Achso, Rami Ey Unsere Rami's rammen uns beide um Hör mal auf, ich will das festmachen, Alter Ja, hör mal auf, genau Nur, weil ich zaubern wollte Nochmal Das ist ein Kampf, Alter Auf Leben und Tod Und du bist tot Du hast eine bessere Waffe, als ich, das zählt nicht Rami, ey, hör mal auf jetzt Lol Für die Katze Falsche Richtung geschossen Du Noob Lol Lol Hä? Wir sind beide tot Wie dumm Juhu, gewonnen Na gut, das war die Part jetzt beenden Oder die Aufnahmesession Also, Leute Vielen Dank fürs zugucken Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Von Castle Crashers Macht auf jeden Fall Spaß Bisschen Gemetze für zwischendurch Und, äh, ja Dann gucken wir uns mal ein bisschen genauer alles hier an Im nächsten Part, denke ich mal Bin jetzt ein bisschen müde Und muss Lol, dann lass uns das mal in den Laden gehen Diebesladen Ah, guck mal, da gibt's Tränke Wo bin ich? Ach, da unten Bomben 14 X Gib mir noch rum Ah, guck mal jetzt Auf den Triggern oben Auf den Schultertasten Kann man die auswählen Die Waffen Äh, die Sachen Was ist das hier Wofür ist der Stock? Das ist eine Waffe Achso Ach, du kannst dir auch Waffen kaufen Eine Bombe? Ne, muss nicht sein Ich hab mir schon fünf Bomben gold Also, ich will ihn mal ausprobieren Was macht er denn da? Morgen zwei für einen Hast du Schaden bekommen? Ne Ich kauf mal noch ein paar Tränke sind auf jeden Fall wichtig, Alter Bomben auch Okay, mehr geht nicht Wir haben Obdamage Wie viel hab ich jetzt? Fünf Stück Mehr als fünf kann man nicht mitnehmen Ich auch Alter, jetzt werden wir wirklich die Parten Komm Ja Komm Also, wie gesagt, ne Vielen Dank fürs Zuckucken Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Ciao Tschüss Tschüss